Und damit herzlich willkommen zurück zu TTT mit den alten Gestalten Ähm Alt? Ja ich bin alt Wir sind nicht Und wir haben jetzt einen neuen auf dem Server Mein Hart Jahh Hallo Weide Art Ich werf ne Granate okay, die macht Bum Die macht Bum Mein Hart ist ne Youtube-Channle Oh fuck! Fuck 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 fuckfuck Ja aber ich mach halt nichts Ich hab doch gesagt ich werf ne Granate du döde Assi Wir sind nicht mehr als Redakte Wo ist der Lette? Ich bin der Lette. Du kannst dir Waffen kaufen. Du kannst sagen wenn sich jemand umbringen soll. Du kannst irgendwelche Leute KOS setzen und natürlich Proven. Und du kannst eine Health Station kaufen. KOS ist Kill on Sight. Proven ist das bestätigkeitspäter. Kann ich dir mal die Sachen in mein Haus zu werfen? Wieder noch schlafen. Na lol. Fischi steht gerade geschossen auf mich. Ich habe in die Luft geschossen. Fischi steht schon wieder auf mich. Ja genau. Darf ich dich nicht fotografieren? Nein. Warum darf ich dich nicht fotografieren? Bitte mach Foto von mir. Freddy bleib mal bitte stehen. Ich will die Screenshot von dir machen. Fischi mach Foto bitte. Alter wird gerade irgendwer mit in A abgeschossen. Unten im Haus glaube ich. Mein hat. Hab ihn gekillt. Ja man GG easy. Freddy nein warte ich will einen Screenshot von dir bitte bitte. Ich will einen Screenshot von dir. Wie macht man hier Screenshots? Ah sie. Glaub erst. Wolltest du wirklich einen Screenshot machen? Mit Fraps ist es standmäßig auf F-C glaube ich. Ja ich wollte einen Screenshot für meinen, für meinen, fürs Titel, nein für Thumbnail. Sorry. Was für die? Keine Munition mehr. Ach Thumbnail muss ich mir auch noch dran kümmern. Ich nehme einfach einen Screenshot. Ich muss ja sowieso für Fischi eins machen. Ja so wie das ja jetzt. Die ganzen Parts wahrscheinlich noch cutten, weil die sind wirklich ein bisschen unnormal lang. Ja ist egal. Scheiß drauf. Alter wir haben von einem Let's Play nur 40 Minuten Parts hochgeladen. Am Anfang. Was ist das denn? Kann man ja machen. Klar aber. Das zählt sich dann doch ein bisschen hin. Find ich eigentlich nicht. Also TTT kann ich nie genug von bekommen, wenn ich mir das Play-Phone angucke. Okay aber warum sagst du sowas? Das mag ich nicht. Komm schon 8 Sekunden noch Meinhard. Meinhard 8 Sekunden hast du noch. 8 Sekunden leben wir beide noch. Ich bin Tritta. Wir beide leben noch 8 Sekunden. 8 Sekunden. 8 Sekunden. 1-0. Und wir sind nicht tot. Wow ok ok ok. Gewinne gewinne gewinne. Hallo. Ich hab Freddy gekillt. Was macht ihr denn alle? Wo wohnst du immer gerne? Wo gehst du lang? Alter wo bist du hin geflogen? Ich nehm noch. Freddy wo bist du? Freddy wo bist du? Alter ist der weg geflogen. Loll. Freddy war in den Ohr. Viel waren würdest du Menschen. Das verstehst du nicht. Ich hab in den Ohr gekillt. Nein. Hör auf Menschen zu töten. Hör auf Menschen zu töten. Hör auf Menschen zu töten. Ich hab mich und den Ohr gekillt. Also nicht fast. Nein. Dann wird es dir gefallen. Ja genau. Hör auf. Mag jemand die Leiche von Freddy mal georgen? Warum sollte Damian wenn er runterfällt einfach sagen dass du auf ihn gehst? Weil er will jetzt sterbe. Er hat die Leiche von Freddy in der Hand. Ja und? Ihhh der Detektiv. Aber so schlau ist der Hamian nicht. So weit kann der nicht denken. Du bist wirklich Traitor. Nein bin ich nicht. Fynn ist der Traitor Leute. Oder jetzt bin ich es nicht aber. Oder so. Weil in irgendein Turm bin ich. Ich war Traitor bevor ich von Damian runtergeworfen wurde. Ich hab ne Sniper okay. Was ist mit dem Sniper Turm? Äh mit Sniper Turm. Ja Wasserturm. Ich weiß dass du da drauf bist. Ja ich bin da drauf. Äh mein hattes Detektiv wusste ich ja noch gar nicht. Ah Fischi nein. Ich ziel so auf Eril. Einfach einfach drauf ziehen. Ich hab nicht meine Sniper ich hab ne Shotgun und ne Deagle. Mhhh. Ich hab ne Lili Lili oder was auch. Egal Lili? Oh bitte krieg ich die. Oh die ist voll geil. Kann ich hier den Afkaler killen? Welcher ist denn der Afkaler? Wer ist Afk? Äh UFF Blade 1. Da. Hallo. Dennis? Kann ich meine... Kann ich keine Waffe mehr auswählen? Ist das ne AK? Dennis warum stehst du Afk rum? Ich hab ne AK? Wo hab ich ne AK? Hallo ich kann keine Waffe mehr auswählen. Bist du gerade ehrlich aus dem Spiel rausgezählt? Uh. Bin grad fast gestorben. Ich kann keine Waffe mehr auswählen. Wo seid ihr alle eigentlich? Hallo. Ich hab nichts mehr. Ich hab die ganze Zeit so Brandgeräusch alter. Das hat ja... Ein richtiges Haus. Okay bei mir ist alle Waffen jetzt unsichtbar. Hashtag läuft bei dir. Hashtag. Hashtag. Hashtag 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 Hashtag. Hashtag ich kann nicht mehr nachladen. Wer ist denn mit der woher alle Seiten? Wer lebt und... Weiß ich nicht. Ah! Nimm schieß auf mich. Was hab ich verliegt? Mann das ist das Kacke. Was ist das für ne Scheiße. So. Doll. Wo seid ihr alle? Okay das ist nice. Ähm ich bin bei Äpfel. Bei Äpfel. Ja genau ich bin bei Lefischi. Wo seid ihr alle? Ihr seid die Trater. Nein. Wieso sind wir die Trater? Es gibt so nur einen. Nein es gibt zwei Trater. Hä? Hörst du da reden? Du bist toll. Ich werde jetzt einen von euch killen wenn ich euch sehe. Wo bist du denn? Ich will dir helfen. Ich will dir helfen. Detailhilfe. Ich hab versehentlich Freddy umgebaut. Das hast du gesehen. Versehentlich. Ich seh keine Waffen. Das ist Kacke. Scheiße wärs auch wenn ich euch nicht sehen würde. Äh Äpfel wo bist du? Äpfel. In nem Haus. Weil ich kann hier keine Waffen mehr aufnehmen. In welchem Haus bist du? Haus. Warte. Ich muss keine Waffen aufnehmen. Ich muss dich jetzt töten. Teure. Aber du bist Thiel. Wo bist du denn? So einen haben wir schon mal. Fuck. Okay. Ich bin übrigens Thiel. Und jetzt bin ich tot. Oh guck mal. Ich habe meine Leiche gefunden. Hä? Du fällst gleich uns so zu geil ey. Äh wo bist du? Komm lass uns einen Crowbar-Kampf machen. Komm lass uns einen Crowbar-Kampf machen. Hä? Du machst eh keinen echten Crowbar-Kampf. Doch mach ich. Ich habe keine Crowbar-Shotgun. Ich habe keine Punkte mehr für sie. Na was? Ne Crowbar-Shotgun. Warum kenne ich die nicht? Was ist das? Das ist die Shotgun getan als Crowbar. Bitte komm in Crowbar-Kampf. Okay. Das ist für lustig. Wui wui. Du musst voll voll töten. Thomas ich hab voll gern mit David P. gegeben. Du bist ein Hurensohn Alter. Ich hab auch irgendwie mit Arben gekillt. Ich weiß aber nicht mehr noch reden. Du warst da bei Tee ne? Ja. Ja. Der stand doch sogar. Ich stehe so hinten oben auf diesem Heli-Dach so halbwegs versteck mich. Sie soll ich so hochlaufen. Du sagst gerade. Shit. Alles ruhig. Boah leck das gerade. Der hat doch gerade richtig drauf weggezogen. Ah da hat er noch ein Brauch hinter mir. Ja. Das habe ich geschossen. Ich kann nicht nachladen. Da ist es schon wieder. Da ist es schon wieder. Ah kacke. Boah leise ey. Ah gg. Ah man das Spiel lag bei mir des Todes. Habt ihr noch keine von meinen TTT Runden gesehen? Ich hab so zwei FPS. Wie stumpf Phil einfach nachdem er mich getötet hat da hing. Oh verliebt er noch. Oh was ist denn da los ey ohne Witz wer ist Traitor bla bla bla. Wen hab ich da hinten eigentlich weggeahft? Was? Ach Weasel. Ne dich hab ich nicht weggeahft. Hier Blade 1 hab ich weggeahft. Ich hab Weasel weggeahft. Ja und ich hab Blade weggeahft. Nachdem ich einmal verschossen hab. Du wirst doch gar nicht so zwei Traitor gibt. Ja doch. Weil ich. Hab ich es doch sogar vorhin geklärt. Ich denk mir so ok scheiße jetzt muss ich nur zwei Leute tun davon ist ich so ein fettes Tee. Hallo Freddy. Ja sonst hätte ich dich ja schon abgeknallt. Ich hätte dich fast mit der A war abgeknallt. Ich hab mir da auch geworfen. Hallo Damian. Damian. Damian nicht Betreter. Der möchte mal diese Runde mal ein bisschen länger als den Sekunden überleben ja. Aber ich hab mich nicht Betreter ok? Damian das dumme Wache. Ich schieße vor mir. Ich schieße auf dich und dann hast du ja vor mir weggeleckt. Damian nicht Betreter hallo. Ich kann nichts für die Lecks immer noch. Der ist gerade gestorben. Oh. Niemals. Niemals. Bin hier mit ähm. Aber ich bin. Hallo Freddy. Ich möchte eine Waffe. Hier ist eine Waffe. Oh Blech. Warum geh? Da ist das zu mir nicht. Ich bin hier drunter gefallen. Nur zu Ende vom Detektiv. Nein. Ich bin bei der Kanzelwehe. Ach ja. Das ist ja die ganze Zeit. Da kommst du. Ich bin bei Freddy. Ich komm nicht. Ich bin bei Freddy. Ich bin bei Thomas. Und da. Ich bin bei Freddy. Ich bin bei Freddy. die BNB verliegen ja wenn er zu hoch vor Ort die der Schraubachschrauben wo er die mit oder auf die Auffahrer verpackt haben soll das hat er hat er nicht mehr das war ich wollte die Karte dort für die Schweiz das wurde nur das ist der Fall so ready to ich mache hier erlebt noch wo er sich aber das nicht aber auf jeden Fall tut es mir leid für den Typen der das war hallo damian aber damian was wenn ich der Treter bin damian ihr macht mir Angst macht mir Angst aber damian damian wenn ich der Treter bin dann musst du mich töten aber bitte töte mich nicht okay ich bin nämlich netter Treter hey Tomas wie funktioniert die bei Noctilus er lebt wo ist er beta W funktioniert was also Freddy lebt noch ja den Ernst und ich lebe noch damian bin ich auch grad die ganze Zeit da rumschubsen und warte da oben lebst du ui ach Errol aber ich glaube Errol ist nicht mehr der Treter hallo viel hallo hallo viel hallo warum kommst du da oben alter du sitzt auf mir das ist voller der Treter abstürzen okay ich will einfach nicht äh er hat wieder ein bisschen gebackt das ist so auf dem Server hier üblich so Thomas du hast sehr schön gerade im Film gebracht Thomas du wurdest gerade angekrochen oder? wow 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 nein nein oh Entschuldigung Dennis Entschuldigung Dennis das war ich ich wollte auch ich dachte du wär das auch irgendwie Treter oder sowas äh ich war direktiv boah und ich entschuldige mich jetzt hier an Errol und Redder jetzt selbst Mord begehen weil ich Errol ohne Grund abgeschossen hab aber Dennis ist Freddy und es lebt noch ich Freddy und Dennis also Dennis lebt nicht mehr ähm warum hast du mich gekillt? er hat Dennis richtig heiß Moment mal wie bist du gestorben? ich hab doch gar nichts gemacht Dennis warum hast du mich gekillt? ach ja wie schön weil der DNA sich rot angepasst hat ah vor der Runde ich hab mich erst umgebracht dafür als ich Errol umgebracht hab den DNA kann man vor der Runde nicht rausholen du hast mich aber sobald die Runde gestartet war gekillt ja aber wenn ich den DNA genannt habe und du ja aber niemand wurde getötet na und der DNA genannt zeigt trotzdem an ob du Tracker bist oder nicht nein der DNA genannt zeigt nur an äh wer jemanden erschossen hat genau versteht ihr alle die Waffen nicht? wir haben äh im Standard gibt's die alle gar nicht das hat mich auch verworst doch Freunde aber wann ihr seid für den Tee-Probis? aber du hast euch gehofft und das war's? nein Leute im Standard gibt es tatsächlich nur C4 nicht mal die Fake-Leiche gibt es die Fake-Leiche kostet doch was die Fake-Leiche kostet 2,50 aber in den Abgenner gibt's doch wohl oder? nein die Gollarte ich 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 ja äh achso dazu müssen wir sagen wir hatten noch nie ne Runde mit Detective Freddy? genau hatten wir auch noch eine Runde gesucht wir waren nie genug Leute ich bin der Grober Mensch du kannst eigentlich auf Faschen ja nein ich bin böse ich bin der Traitor Freddy Freddy komm mal her komm mal her nein der Fisch will mich töten nein komm ich schmeiß die Waffe weg hier was ist er explodiert? was ist er explodiert? mein Hart komm wir gehen in unser gemeinsames Ehebett was er explodiert ist? ich hab ne Feuergartenharte geworfen okay heute bist du mal der Hund ne? ich versperre das noch ein bisschen heute bist du der Hund ne? oh ja ich könnte jetzt gar nicht mehr hängen Erel okay du bist der Hund ne? Erel wo ist Erel hin? Alter nein 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 da Freddy kommt rein irgendjemand hat über die Awe geschossen das hab ich auch gehört ich glaub der war mal wieder auf dem Turm wie immer Jo Erel einfach nicht ich geh mal kurz nachgucken wer ist auf dem Turm? weiß ich nicht ich seh da niemanden denn es ist Blaine geworden mir machte die Koffe Oho Chucky Chucky ist auch da ja da wo die Wohnung nein 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 ich bin nicht auf Tour ich bin ich bin bei Arabi bei dem Heli-Land-Blade wenn ich werde und blicken worden immer mit der Ruhe immer mit der Ruhe doch die ist ich bin hier mit Freddy unterwegs oh der wird angeschlossen der wurde getötet nein der wurde getötet wer wurde getötet wer wurde getötet nein 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 lebt noch aber er war so Dank Meinhard lebst du noch? ja was hat sie überhaupt? also Chucky ist bei mir äh wir sind bei dem Turm wo du die ganze Zeit bist mein hat ist oben auf dem Turm da ist mein hat ne Freddy da ist Freddy mein hat das Detective schon wieder ja hier Ding der Blade wurde angeschossen ah und da ist sie wieder irgendwo geh weg was machst du hier was wollen wir nicht sehen ich glaube er hat hier eben eine AVO runtergeschossen da aber Chucky war doch die ganze Zeit ähm hast du ne SMG? kauf dir mal bitte ne kauf dir mal bitte ne Dete Waffe hab ich doch schmeiß ihm die hin er hat ins Wasser gehüpft glaube ich sammle sie auf er hat ins Wasser gehüpft oder? äh na oh ja good job das war's nochmal gut überlegt er war Traitor er war Traitor er war rausgeworfen by the way ich hab seine AVO ich hab Blade von angeschossen ah ok er war auch tief er war auch tief das heißt du bist Proven das heißt du bist Proven gut und die Fischie auch weil die da oben rumrennen und ich werde seine Leiche jetzt sichern also ich bin Proven Einer hat das Dete und wer ist noch Proven gerade eben auf ihn in der Nähe hä warte ich hab ihn angeschossen wer bist du? ich kann eure Namen nicht ich stehe hier hinten irgendwo warte da bist du mit dem Schobert Ok Phil bist du hier raus ok dann kann es nur noch Freddy oder Chucky also da Freddy lebt nicht was? wurde er grad getötet? der Detektiv? also Erin ist noch da nein ich bin noch hier er ist Chucky er ist Chucky es ist Damian es ist Damian es ist Chucky ok es ist Chucky wo ist er? wo ist er? äh beim Haus das einschnitzen kann ok er ist gut ich bin runtergefallen Chucky du bist so eyy AVO ist so geil was ist mit dem Wiesel? oh Phil nein ohne Phil will ich nicht leben wer ist da neben mir gelandet? ich ich war der letzte der gelebt hat guten morgen guten morgen erinnerst du dich auch dran Phil? ja der schrank na ich mach dich durch guten morgen wen hab ich noch mal als ersten Traitor entloved? das war ich von das war ich von Herr Blade und ich hab ihn angeschossen das war voll arzi ich konnte doch nicht immer meine Waffe rausschmeißen da wurde ich schon getötet ich hab gar nichts gemacht was ist das? ja du konntest deine AVO nicht du konntest die nicht aufsammeln weil du die AVO hattest das ist ne dritter Slotwaffe und deshalb konntest du sie nicht aufsammeln weil du die AVO noch im Inventar hattest das hätte die AVO nach dem Schießen dass Dennis selber nicht auf den Trick irgendwie nicht drauf gekommen ist einfach er konnte ja nichts machen ne er konnte ja nichts machen er hätte nicht töten können Dennis ich bin grünscht was man 3D lol irgendwer schießt hier unten ich hab geschossen ich hab den Himmel 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 ich glaub mein hat das Traitor du kommst hier rein du kommst hier rein mein Haus ich bin das aus Friedensbruch meine Art hast du gerade gesagt dein Haus das hat immer noch ich bezahlt ich hab die Mikrowelle schießt was wird Freddy mein hart komm wir gehen mein hart komm wir gehen in unser Haus wir laufen mit euch Gruppen ich bin noch hier ach komm her der Stromkabel ist nicht angeschlossen Dennis los mach es dran ok also so geht das auch nicht mein hart du bist heute der Hund warum kann ich hier nicht drüber bück dich ich hab die Stromkabel darf ich der Hund sein ok 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 du darfst unser Hund sein und darfst sich neben den Schrank setzen während wir sechs haben während wir sechs haben während wir sechs haben ja darfst du ok ok ich bin ne Katze ich bin Gott ich darf alles warum schlägst du mich mit einer was ist das ne Mikrowelle ich hab den Detective gefunden Dennis versucht mich vom Haus zu schützen Blade lass das wo bist du hin ich gehe gerade auf Blade mein hart ist hinter mir hau auf damit von was wurde gekillt weiss ich nicht ich bin grad bei Völ ich hab Angst die Leiche nochmal anzugucken da irgendwas ist grad krass durch die Luft geflogen was war das das hab ich auch grad gefragt so ein Headcrap vielleicht ne Fischi äh stimmt man kein Headcrap schon ne mit Schwerer Headcrap sind nämlich äh wurde schon aus Sniper getötet und der Sniper liegt auf dem Pool drin wo glaube ich keiner spawnt das heißt jemand wird seinen Tatversverschen ohhhh ich glaube es ist APV weil er in der Nähe war aber es könnte jeder andere gewesen sein Dax? ich hab ihm nochmal einen Sniper in der Hand ja aber du hättest eine neu aufsammeln können ich glaub da war wieder mal AVP und jemand ist geschoben lol hier oben liegt ne Leiche von irgendwem ey Elinder äh Damian wurde von einer AK getötet wer ist überhaupt wer lebt denn überhaupt noch alles ich du sonst niemand oder was Missing in Action, Fischi, Errol und Damian Damian ist tot ne die sind confirmed oh man du bist so dumm weißt du das eigentlich du hast dich grad schon wieder als Traitor entloved Missing in Action können wir Indos nicht sehen das können wir Traitor sehen was zur du wurdest von Meinhard gekillt das ist Traitor oh Weasel oh yeah so richtig die richtig die Anfängerfehler Hauptsache äh wisst ihr was das dämliche daran war ich habe Confirmed Death vorgelesen und hab einfach Missing in Action gesagt das das wäre richtig gut ich hab ich dann um auf den Dach besser Traitor der Welt vorgelesen oh ja der Traitor ja so lustig geil hast euch so auf dem Dach auf dem Dach auf dem Dach auf dem Dach ich meine ich stehe neben Meinhard sagt so ja Meinhard und getortet nein 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 also wie auch wenn ich das auch gemacht habe und einfach so hinten durch Hausten was bist du denn für'n Ding ich will's sehen wo's halt denn welchen Skin hast du drin? äh Death's Show ich bin ein Ninja aaaaah ja nice ich leck dich mit Grobe ich bin Batman nein Freddy ist Batman ich bin Batman nein ich bin Batman ich bin im Raum Chucky Chucky fühlst du das Fass? Nein geh weg mit dem Fass wow Chucky alles klar da ist meiner ich bin zufrieden und irgendwas schießt was machst du da unten? ich komm zu dir okay hallo wollen wir knuddeln? wollen wir knuddeln? du hast mich angeleuchtet mit einer Lampe ich weiß schon wo du bist Dut tut 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 ich hab´s verdient. Komm alle her. Kommt mal zum Einscott. Komm alle zum Hotel. Wer ist? Welches Hotel. Der Ding ist tot. Zum Hotel. Was hast du auf dem Rücken? hier wo ich bin im Hotel ok du darfst unten rauchen das ist nur eine Smokeneid komm her wer bist du? was willst du von mir? wir spielen hier jetzt was wir spielen hier jetzt Simon Says ich schieß jetzt auf dem Fass Meinhard komm wir spielen jetzt Simon Says warte ich warte ich will ich will nicht noch aber bitte nicht mit Bruder zu kriegen oder sowas ne ne wir haben gedacht beim Hotel wir spielen jetzt Simon Says beim Hotel das Hotel ist das Haus für den alle Bruder zu führen wo der Bruder aufsteht hier er rinnt mit dir er rinnt mit Bruder Loll Loll von wo? oberfen Dach äh Freunde wer auch immer Tier ist nicht killen komm wir spielen jetzt zur Runde Simon Says ok wer auch immer Tier ist bitte herkommen wir spielen jetzt zur Runde Simon Says warte ich schmeiß eben eine Granate weg irgendwer fehlt noch ja einer fehlt der der geschlossen hat ne ich komm grad nicht mehr raus äh da ist Äpfel ist hier Weasel ist hier was hast du da für ein Ding auf dem Rücken eigentlich? ich? das sind Jumppacks ähm was ist das? äh komm mal her damit kann man langsam mal fallen ähm ihr stellt euch jetzt alle vor diese Wand alle hier vor diese Wand mit dem Gesicht zu mir ja ähm rollt nebeneinander aber ihr wisst alle wie Simon Says funktioniert ne? ja ja ok er rillt weißt das auch? diegel in die Hand ich hab keine Diegel aber wie machst du das? machst du das mit Fishy sagt oder? nein ich sag Simon Says äpfel los Finder ok ähm Simon Says springt in die Luft jetzt duckt euch nicht nachgucken nicht nachgucken nicht nachgucken nicht nachgucken ähm Simon Says dreht euch um jetzt könnt ihr mich auch wieder angucken nein und er springt Hein oder oder er springt soo ein du mein Sohn ey das war schön das war schön das war das war voll ey das war voll ich hab mein Traitor kollegium gebracht das war so bitter also das war jetzt voll die Nachziehende Richtung ich dachte ach komm bring mich einfach um und spray dir alle tot äh ach das war schön für dich vor allem klar ist egal normalerweise wenn von äh Ich liebe Simon Says so über alles. Da muss er einen töten. Er schießt auf meinen Habs. Nein, 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 das war der andere neben mir. Und der schießt ihn einfach nur an und tötet ihn nicht mal an. Ja, genau. Bei Simon Says tötet man ja auch nicht. Ich meine, schießt nur an, aber ich hatte keine Knarre. Sonst hätte ich mir dann nicht mehr in den Öl. Aber alle wurden irgendwie dann gleich gekillt aus der einen. Darf ich bitte noch was sagen? Ja, ich wurde nicht getötet von dir. Es ist eigentlich richtig dämlich, mit mir Simon Says zu spielen. Denn wenn ich etwas falsch mache und es danach realisiere, dann ist das Erste, was ich mache, den Führer zu töten.